Große Freude bei Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn bei der Eröffnung eines besonders kleinen Supermarktes. Der neue Bonusmarkt in Stuttgart-Weilemdorf fasst gerade mal 130 Quadratmeter. Für Supermärkte üblich sind mindestens 500 Quadratmeter. Vor allem Langzeitarbeitslose sollen hier beschäftigt werden. Angeboten werden meist Produkte des täglichen Bedarfs. Der Markt gilt als Pilotprojekt und wird mit 70.000 Euro vom Stuttgarter Gemeinderat gefördert.